Willkommen bei KEMSIS Deutschland. Ich bin der Stefan und möchte euch heute zeigen, wie in der QuickUserie eine neue Show erstellt. Über den Hauptmenüpunkt gehen wir in Datei und klicken auf Neue Show. Das folgende Fenster gibt Auskunft darüber, dass die aktuelle Show aus dem Zwischenspeicher gelöscht wird, aber weiterhin auf der Festplatte vorhanden bleibt. Wir klicken auf Neue Show und sind nun im Patchfenster. Hier können wir über das Pluszeichen einfach neue Geräte hinzufügen. Es gibt mehrere Wege. Die Schnellfunktion bietet euch einen Überblick über kürzlich hinzugefügte Lampen. Über Finden könnt ihr anhand der Hersteller und des Gerätes und des Modus die verschiedenen Lampen auswählen. Über die Schnellfunktion können wir einen Dimmer auswählen oder beliebige RGB-LEDs. In diesem Fenster werden euch Lampen angezeigt und Hersteller von Geräten, die ihr kürzlich verwendet habt. Der einfachste Weg, eine Lampe zu patchen, ist über Finden. Wir geben im Suchfeld einen beliebigen Teil des Namens ein. Hier den Maverick von Chauvet Pro. Wir haben den Force One Spot im 25-Kanal-Modus. Wir sehen hier unten die Anzahl der Kanäle. 25 können das Universum auswählen. Sagen wir Universum 1, Startadresse 1, Anzahl 10. Patch und ihr seht die 10 gepatchten Geräte. Über den Homebutton gelangen wir in den Layout View. Bei geöffnetem Vorhängeschloss können wir unsere gepatchten Lampen anwählen und in den Layout View ziehen. Hier sind wir in der Gestaltung und in der Positionierung völlig frei und können unsere Lampen nach dem Vorbild unseres echten, physikalisch vorhandenen Ricks positionieren und so einen guten Überblick schaffen. Nun sperren wir unseren Layout View und können anfangen mit den gepatchten und positionierten Lampen zu programmieren. Um weitere Scheinwerfer hinzuzufügen, gehen wir auf unser Hauptmenü, wieder unter Patch, auf Plus und wählen weitere Scheinwerfer aus. Wir nehmen in diesem Fall einen Wash im Basic-Modus. Diesmal stellen wir das Universum auf die 2, Startadresse 10, Anzahl 2. Wir klicken auf Patch und wie wir sehen, erscheinen unsere zwei neu gepatchten Lampen automatisch auf den nächsten freien Kanälen, in diesem Fall auf der Geräte Nummer 11 und der Geräte Nummer 12. Unsere neu gepatchten Lampen erscheinen ebenfalls hier oben im Layout View. Wir öffnen das Vorhängeschloss, ziehen sie auf die gewünschte Position, sperren das Vorhängeschloss und können nun anfangen, die Scheinwerfer zu programmieren. Dazu sehen wir uns in den kommenden Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.